hallo hier ist der martin von mannen monkeys das ist die dax-analyse für nun freitag den 11 februar 2022 damit wahrscheinlich den letzten tag genau nächste woche haben wieder verfalls woche eine kleinverwaltswoche steht an und damit den letzten tag bevor die verfallswoche beginnt und unser dax ist sommer donnerstag dezent auf die nase gefallen hat sein mit kneter geknetet das raumschiff hier nicht wirklich nach oben gesteuert also kann man darf nicht zu schlecht reden also wir haben ja oberhalb schon gut was gesehen und letztendlich auch das was erwartet wurde also wenn wir uns zurück erinnern was wir sehen wollten war durchaus die rede davon hier oben in den gap plus rein bei 640 das ist das vielleicht noch macht hier einfach ein bisschen an die 200 taglinien tag jetzt schaut da da einfach mal so dran tippen einfach mal dran tippen und sich vielleicht wieder nach unten drehen daten darüber gesprochen dass der chartbereich also dass man noch nicht so viel grund zur euphorie hat hat man gestern gesagt er immer noch unter 200 taglinien notiert und auch mit dem balling und mittleren ballinger band sich mit dem wir haben gesagt mit dem sich noch abwärts gerichteten mittleren ballinger band natürlich hier auch noch nach unten ein bisschen was ergeben könnte so das haben wir jetzt gesehen er hat oben natürlich ein bisschen früher gedreht das ist ein bisschen schade das ist ein bisschen schade insbesondere weil natürlich dort hätte auch das mal sauber abschließen können halten als 46 sauber ab aber so vom bewegungsverlauf genau das gemacht was machen wollten halten wir wollten dass sie hier noch ein bisschen oben stößt recht positiv reinkam recht dynamisch auch drin stand dann sollte noch mal 100 bereich um 4 20 hier von dort wieder hoch das haben wir schon gesehen auch wenn der fall jetzt hier sieht aussieht wie er soll hier noch was kommen aber das haben wir schon gesehen er war schon hier unten dann ist dann schon wieder hoch das heißt der fall ist eigentlich komplett abgearbeitet weil das ist schon wenn man es man könnte sagen naja nicht ganz aber der ist im grunde vollkommen abgearbeitet also das ist in ordnung der muss jetzt dann nicht noch mal hoch kann er machen aber es muss er nicht zwangsweise so und deswegen wird zum freitag jetzt ja aufpassen der bereich hier unten wird dann nämlich ganz interessant wenn jetzt hier neue tiefs kommen sollten dann muss man hier auf das gibt zielen halten die 285 in dem moment wo er anfängt die tiefere tiefs zu stehen das wäre durchaus ein wichtiger anlaufpunkt und wenn er sich dort nicht gehalten kriegt dann ist die 15.29 halt die nächste also ist schon ein bisschen risiko drin in dem moment wo das nach unten auflöst deswegen würde ich einfach mal gucken wie gibt es sich zum freitag wie verhält das sich wie kommt da rein würde unten raus keine longs suchen na also wenn der tags tatsächlich unterhalb von dem donnerstag arbeitet ganz täglich unterhalb von 360 arbeitet würde ich persönlich keine longs suchen wollen genauso wie man wann war das hier an dienstag mittwoch weiß gar nicht mehr wo ihr hier so oben raus geht wo wir auch gesagt haben da würde ich jetzt keine short suchen weil er eben durchdrücken kann das ist ein bisschen hoch und hat dann noch nachgezogen und gestern haben wir gesagt 46 kann man durchaus mal short probieren wenn dort rote stunden kerzer weg zieht die hat er dort oben weggezogen hat zwar 46 nicht ganz gedrückt aber das hat gepasst also short hier in dem sinne jetzt wieder erlaubt und würde ich auch so sehen unterhalb von ja was ist denn das hier vom tief gewesen 380 360 370 in dem bereich also und machen wir es rund unter 400 dax risiko auf der unterseite rein in den gap close über 285 der steht noch aus die 350 340 was denn das hier wo ist das hoch hängt mir hier die aufzeichnung davor das hoch ist auf 3 wartet mal wenn ich jetzt doof 293 338 also bei 340 ist hier noch mal kleiner widerstand 340 bis 350 den den dax entsprechend nach 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 oben noch mal verteidigen kann aber ich würde hier eher den fokus wirklich auf den gap close legen bei 285 man im bereich 285 276 an unten anfallen sollte der dort dadurch gehen dann ist nach unten wieder ganz schön bambule weil wir haben auch einen aufwärtstrend bruch gehabt jetzt hier nimmt das wäre dann fehlausbruch nach in dem moment wo jetzt hier wieder zu tief reinkommt und wenn der fehlausbruch oben macht probiert er immer noch mal fehlausbruch unten also probiert also macht macht dann einfach ein fehler aus oder ein ausbruchsversuch dafür müsste fast nur das tief hier ja noch drunter ja also von daher würde ich schon sagen alles was unter 15.400 passiert für mich eher das risiko auf der unterseite sollten wir nicht nicht unter dem vortag arbeitenden freitag rücklauf 55 einplan und da kann man sich eigentlich relativ einfach machen und einfach stündlich auf den kurs gucken finden wir uns über 15.400 oder darunter finden wir uns oberhalb von 15.400 ich erwarte dass wir in die 55 rein handeln können dann bewegt sich unterhalb von der 15.400 gehe ich davon aus dass wir das gap hier noch zu kriegen dann müssen wir schauen wie viel dynamik ist da noch drin wie viel stress wie viel druck wie viel wir noch machen und dementsprechend kann das dann weitergehen im tageschart umkehrsignal von der 200 taglinie weg nach unten jetzt erst mal würde ihm entsprechend auch hier noch mal platz geben und auch hier deutlich deutlich mehr sogar wieder bis zum unteren band das schon ein bisschen ein bisschen ein bisschen mehr freiraum und von daher sieht aus dass ich eingedreht gucken aber dranbleiben kann die letzten tage die hier sind immer wieder gleich gelaufen immer wieder irgendwo angetäuscht dann doch wieder rüber zurück und dann doch wieder da nicht und dort nicht nicht sehr gespannt wie das ist der freitag verläuft insbesondere bei freitag ohnehin immer so kleine mistfiecher tage sind aber ich würde mich einfach an der 400 orientieren dass er für mich ist so die richtungsgebende kannte ich würde auf die 340 hier müssen genau gucken die 285 genauer gucken und wenn er hochkommt bereich 550 das sind so die zonen mit denen ich arbeiten würde alles was über 580 stattfindet wäre für mich long dann würde ich davon ausgehen dass er dann die 700 also a 640 zu macht b in die 700 reingeht und c vielleicht sogar bis 49 durchzieht haben gut punkt mehr kann ich euch nicht erzählen würde da das video hier zu machen wünsche euch viel erfolg zum freitag gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss